Deine Bemühungen, Subgeistdaten zu sammeln, waren sehr nützlich. Mein Wiederaufbau schreitet schnell voran. Das ist nicht der erste Versuch der Schar, meine Waffen zu stehlen. Beim letzten Mal habe ich eine ganze Brut auf dem Mars eingefroren. Trotz ihrer Beharrlichkeit waren sie nie erfolgreich, vor allem dank der Vorhut. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Meine Diagnostik zeigt, dass wir fast genügend Daten haben, um die Reparatur abzuschließen. Sobald wir die Kriegssatelliten kontrollieren, werde ich die Zorngeborenen ausrotten. Wenn Sie die Macht des Kriegsgeistes so sehr erleben wollen, dann zeige ich sie Ihnen gern. Das ist nicht anders. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.